Wer von euch hat bei der letzten Bundestagswahl SPD oder Grüne gewählt, weil er wollte, dass der Mindestlohn steigt? Nun, ihr seid offiziell reingelegt worden. SPD und Grüne wickeln diese Mindestlohnerhöhung auf 12 Euro, nämlich jetzt durch die Hintertür ab, die Mindestlohnkommission. Das muss man sich vorstellen. Eine Kommission, die eingesetzt wurde, um die Verantwortung von den demokratisch gewählten Politikern abzuwälzen, hat nun beschlossen, dass nicht der Mindestlohn von 12 Euro für zukünftige Mindestlohnsteigerungen als Grundlage genommen werden soll, sondern der ursprüngliche Mindestlohn von 10,45 Euro. Damit sind die 12 Euro nur eine zeitweilige Erhöhung, aber haben langfristig keine Auswirkung. Die SPD bricht also mal wieder ihr wichtigstes Wahlversprechen und beschleunigt damit die Verarmung der deutschen Bevölkerung.